Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Moneymaker. Ja, ich habe ein paar Wochen gebraucht, aber wie viel Geld haben wir jetzt bekommen? 1,7 AD und Ministillstand. Jetzt brauchen wir Gummistiefel. Oh, super. Wir aktivieren jetzt erstmal alle Effekte, würde ich sagen. So, okay, wir haben 4 AD. Wir könnten jetzt einen neuen Arbeitsplatz kaufen, ich glaube. Das machen wir auch. Ui. So, haben wir jetzt noch einen freien? Nein. Wir holen jetzt erstmal den und dann machen wir den aktiv. Ja, das ist schlau. Ziemlich den Loren transporten soll noch abgeben. Das könnte etwas teurer jetzt werden, glaube ich. Wir machen, glaube ich, beide mal 50 Mal. So, wir haben auch 3 Aufgaben abgeschlossen, ne? Aha. Ich habe besser gesagt 10, glaube ich, bei den Minenarbeiter. Das könnten wir schnell machen eigentlich, ne? Ich glaube, so teuer ist das ja gar nicht. Einen habe ich schon mal wenigstens etwas. 10.000 mal Idle Cash. Unser Idle Cash ist aktuell bei 2... Ja, wir können es eh nicht besser machen. 2 AD haben wir jetzt insgesamt. Okay, das ist krass. Okay, können wir den jetzt wieder markieren. So, nächste Aufgabe. Aber wird schon wieder aus freigeschaltet? Ne, ne? Oh, ja, schade. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen gleich mal in die Mine, ne? Ah, ne, die Booster. Okay, wir aktivieren jetzt mal alle Booster. 780% und jetzt bin wir in die Farbenhöhle. Eisen-Ebene, so. Booster. 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 300% geil. Sehr, sehr, sehr geil. Oh, ein Booster. Booster. Oh, ein Booster, noch ein Booster, cool. Oh, ein Booster, oh, ein Booster, oh, noch ein Booster, oh, ein Booster, aber ein Booster, aber ich würde jetzt einfach mal mein Game neu starten und dann gucken wir mal, wie viel wir verdient haben, ne. So, wie viel haben wir jetzt verdient, waren wir denn hier, wollen wir mal wissen, doch hier. Ja, fast ein A, B ist doch nice. Okay, dann können wir ja mal alle Effekte dann gleich wieder aktivieren, aber ich würde sagen, wir werden zuerst das Geröll entfernen. Und, achso, wait, ah, vier Stunden, oh. Wir können da eigentlich auch schon noch ein bisschen upgraden, ne. Ja, und dann ist noch ein bisschen den Banktransport. Jetzt noch einmal den Lornbrinktransport, dass wir auf dem gleichen Level sind, oder? Ja, auf dem gleichen Level. Okay, dann passt es. Okay, dann können wir noch alle Effekte aktivieren, ne. So, alle sind aktiviert. Aufgaben, haben wir da was Neues jetzt. Verbesserungskosteneffekte deiner Arbeiter. 400 Level bei deinen Bankarbeiter. 30 Effekte deiner Transportarbeiters. Ja, wir könnten hier eigentlich ein bisschen aktivieren, ne. Nochmal durchgehen. Ja, wie viel haben wir schon davon gemacht? Eins von 30. Wir brauchen zusammen 240. Okay, wir können jetzt eigentlich noch mal ein bisschen hier upgraden. Und dann passt es, glaube ich, auch, ne. Wie toll ist jetzt hier ein Ding? 19 AC. Und hier ist 100 AC knapp. Aber das bringt halt viel, viel mehr, ne. Soll. Wir haben jetzt maximal alles abgegradet, ne. Dann tun wir noch die restlichen Booster hier alle aktivieren. Und dann gehen wir wieder in die Farminghöhle, ne. 1180%. Okay, das wird jetzt geil. Na dann fangen wir mal an, was? Oh, ein Booster. Oh, ein Booster. Oh, 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 oh. 100%! Geil. Booster, geil! Oh, dann starte ich mal mein Game neu, ne? Übrigens, Grüße an Silux GHG, mit dem hab ich ab und zu mal geschrieben, ne? Das Werte wär wirklich sympathisch, so etc, ne? Minecraft. Wenn du das Video siehst, ne? Grüße gehen raus, ich sag's dir. Ich weiß nicht. Wieviel haben wir offline verdient? Gar nichts. Ah, Silux GHG, wir sind gleich auf dem gleichen Server. Geil. Okay, dann den anfangen und dann erstmal alle Effekte wieder aktivieren, wa? Okay. Den können wir mal verbessern. Level 500 passt. Dich könnten wir auch mal verbessern. Level 500 passt auch. Dich könnten wir eigentlich auch verbessern, aber das werden wir anscheinend nicht schaffen. Anscheinend doch. Okay. Level 500 passt. Level 500 passt. Und dann den Rest geben wir bei denen aus. Boah, wir haben ein 1,2 AC jetzt die Sekunde. Das ist gut. So, dich können wir jetzt auch mal kurz wieder aktivieren und dich eigentlich, ja? Counter und Werf, okay. Ja, dann gehen wir halt nochmal in die Farminghöhle. Wir aktivieren jetzt mal alle Booster. Und dann gehen wir mal wieder runter, ne? Oh, 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 oh. 150 Prozent geil. Boah, Booster. Boah, Booster. Und Booster. Oh, 300% Booster. Oh, 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 oh. 250% wie geil. Ja, dann starten wir wieder mal das Game neu. Ab zur Mine, ne? Und dann wieder mal anscheinend nichts verdient. Aber die Effekte sind teilweise wieder bereit. Die können wir mal alle aktivieren. Gut, das war's schon wieder. Wir könnten eigentlich die Aufgabe fertig machen jetzt mal. Die Aufgabe ist fertig. 7.000 Mal Idle Cache und Booster. Kurz. Und jetzt könnten wir den hier mal upgraden. So, haben wir kein Geld mehr. Wir müssen noch drei Stunden warten. Und hier der Minenarbeiter. Alle haben jetzt hier Lenden von Brunhard aus der Letzte. Das war das Ziel auch. Ich würde jetzt einfach mal so behaupten. Und beim nächsten Mal wird es gerollt da hinten weg sein. Und wir könnten vielleicht sogar schon den nächsten Arbeitsplatz ausleusten. Aber Leute, ich komme jetzt bald wieder aus dem Urlaub zurück. Ich habe das jetzt wieder vorproduziert. An alle neuen Zuschauer. Abonniert mal den Kanal. Da bin ich 94,5%. Die Videos gucken, haben nicht abonniert. Und das ist also wirklich das ist. Es geht so nicht. Ich sag's ehrlich. Aber Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir immer ein Like da. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.